Hallo, hier ist der Guzoa, wir sind gerade im Stream mit Lichtl und Diziax und der ist nämlich schon schön gerade am erklären, der baut sich nämlich schön einen Troll-Wall-Base, wie auch immer. Einen Klan auch, genau. So, ich denke mal, bei so einem Troll-Clan ist die Kriegsfähigkeit egal und die benötigten Trophäen sollten auf Null stehen, weil im Endeffekt, wenn du WTF-Base hast, dann schaust du nicht auf die Pokale. So, okay, der Klan ist gemacht, bitte nur anfragen, wenn ihr ja wirklich eine WTF-Base habt, es kommen auch schon die ersten Anfragen, okay, krass. Oh Gott, da muss ich erstmal gucken, ob ich noch jetzt reinkomme. Sagst du bitte mal kurz Hashtag? Jetzt, du solltest eigentlich reinkommen. Ja, ich konnte jetzt anfragen, zumindest. Ja, genau, einmal, sehr gut, ne? Das hat schon mal geklappt. Das bin aber nicht ich. So, ich versuch nochmal, ich versuch nochmal, bist du bereit? Yep. So. Ne, geht nicht, oh Mann, Alter. Doch, muss eigentlich nicht. Sehr geil. Ne, das geht nicht, ich drück da die ganze Zeit drauf, ich mach jetzt gerade hier im Dauertag. Leute, willst du mal anfragen, wenn ihr wirklich WTF-Bases habt? Ich glaube, jetzt hab ich abgefragt. Ich glaube, jetzt hab ich abgefragt. Ja, deine Anfrage ist drin, ja. Du musst ihn annehmen. Ah, okay, das ist der Zerz. Du hattest doch auch einen Diziax-Troll, oder? Ja, ja, ich muss den noch raussuchen, ich bin mir nicht sicher, mit welchem Apple-Account der verbunden ist, ich hab jetzt nur den gefunden auf die Schnee. Okay, Moritz, schaust du vielleicht zu, beziehungsweise halt schaust du ein bisschen durch die Leute, die ich abgelehnt hab, ob die wirklich keine Troll-Accounts haben. Du kannst, machst du mir auch nochmal andere Rechte, dann kann ich auch schon mal reinschauen. Ich hab eine Sekunde. Zumbinati-Troll. Ältester, und dann nochmal hier, zack, auf Feed-Sanführer. Ist halt echt die Frage, wo sag ich jetzt mal Troll-Account ist? Okay, der ist auf jeden Fall. Ja, also man muss schon echt erkennen, hier, der ist schon voll von auf. Der Troll-Account, das ist meiner Meinung nach ein Troll-Account. Ja, auf jeden Fall, der hat keine Mauern, der hat gar nichts, das ist ein Troll-Account, das passt. So, ich guck mal ganz unten. Da unten war irgendwo so ein Lichter-Troll, das war ein Faker von mir, das würde ich gerne mal sagen. Hier, Lichter-Troll. Hier, das ist garantiert. Der ist auf jeden Fall kein Troll-Account, der hat da, glaube ich, einfach nur seine Base einmal gerade umgestellt. Ups, jetzt hab ich ihn eingeladen, ich weiß nicht, ob es so gut war. Okay, der hat wohl die gleiche Idee wie ich, mit dem gleichen Namen. Boah, das ist, das ist ein richtig cooler, hier, der Clan-War-Joker, nice. Den lade ich direkt mal wieder ein. Ne, tut's. Okay, da schreiben ein paar Leute, sie wurden abgelehnt mit Troll-Account. Falls ihr abgelehnt wurdet, dann schauen wir grad, äh, grad noch. Ihr solltet eigentlich, äh, das solltet... Boah, die haben sich garantiert alle gerade neu erstellt, ey. Ja, das ist auch kein Problem, wenn jemand sagt, gut, er möchte jetzt unbedingt einen Troll-Account haben und er startet von neu dafür. Hier, das ist ein Troll-Account. Das ist ein Troll-Account. Ich glaub, ich hab jetzt nochmal einen eingeladen gehabt, ich hoffe, er nimmt an, weil er hatte wirklich eine Town-09-Troll-Base ohne Mauern. Also so wie du beim Anfang. Ähm, ja, ungefähr. Hier, den kann man auch einladen, der Simon nämlich, der möchte auf jeden Fall mit dem Trollen beginnen, das passt auch schon mal. Simon-Troll, oh Gott, es gibt viele. Das ist krass. Also ich nehm hier jetzt auch ganz schön viel an, gerade momentan. Also Clan-War-Joker, komm schon. Ich sehe ganz, ganz viele, die gerade neu dabei sind. Ja, Clan-War-Troll-Face, das ist krass, dass es wirklich so viele Leute gibt, die, ähm, hier irgendwie trollen wollen. Ihr müsst euch mal den Clan-War-Joker anschauen. Und vor allem, Leute, ihr müsst ja, ihr müsst ja auch, ähm... Der ist gut am Start. Ihr müsst euch ja auch in die Gedanken gerufen. Wir machen damit wirklich Clankriege. Oh yeah. Oh yeah, na, das wird ja ein epischer Kack. Das wird ja richtig Prämio. Das geht ja richtig. Ich muss sich halt einfach überlegen, wenn wir halt einfach gut angreifen, dann ist halt einfach eine gute Chance, dass wir halt einfach mal gewinnen könnten. Naja, ich sag mal so. Wir müssen halt einfach nur gut angreifen. Ich sag mal so, ähm, theoretisch müssten die Gegner eigentlich alle 100% bekommen. Wenn sie es nicht schaffen, dann sind sie eigentlich einfach nur schlecht. Das heißt, wir müssen damit rechnen, dass wir jedes Mal 100% passieren. Stopp, stopp, stopp. Es könnte aber auch sein, es könnte sein, dass das Matchmaking-System sagt, ey, die haben alle keine Mauern und die geben uns totale Low-Gegner. Also richtige No-Hands. Ja, obwohl man auch sagen muss, wenn wir nur eine Kanone haben, dann ist es egal, ob das irgendwie No-Hands sind oder nicht. Nein, wenn du nämlich dann die CB mit abartigsten Truppen füllst, dann nicht. Das stimmt, das stimmt. Und jetzt kommst du. Das könnte halt einfach mal echt klappen, Mann. Das wäre einfach mal... Das wäre so kranker Scheiß, Alter. Ich freue mich extrem drauf, das wird extrem nice. Ey, ich habe hier schon richtig viele angenommen. Ja, ich auch ganz kurz für alle Leute, die gerade fragen, Agario, Clash Royale. Wir machen es so, wir machen heute eine halbe Stunde Clash of Clans. Wir machen eine halbe Stunde, ja, Clash Royale und dann eine halbe Stunde Agario. Damit jeder von euch ein bisschen was hat. Das sieht auch noch Troll-Account aus, hier der Alpha. Der ist schon angenommen, okay. Was mich jetzt mal ganz kurz interessiert, meine Truppen sind halt wirklich, glaube ich, noch Level... Na, wobei, nee, doch nicht. Ich habe, oh lol, ich habe sogar schon Truppen-Upgrades. Easy, ich habe einfach schon Bogenschützen, Riesen, Barbaren und Goblins auf Level 4. Okay, das ist nice, das ist richtig gut. Bei mir läuft richtig. Und ich habe sogar auch schon Schweinereiter und, äh, ähm, Minions. Ah, das war jemand, das war jemand. Wie sie einfach mal alle gar keine Mauern haben, was mich hier richtig anzeigt, Alter. Das ist mega nice, das ist bei mir richtig gut. Hier ist noch ein Town Hall 8 mit, mit Dreier-Mauern, einwandfrei. Läuft bei ihm. Es sind so viele Troll-Accounts, das ist krass. Das ist richtig. Aber ich habe dir gesagt, dass da einfach, äh, äh, ja, ich glaube jetzt sind wir durch. Oder? Nee, nee, der war bereits eines klar. Wir sind jetzt bei 28 von 50 Mitgliedern und das nur mit Troll-Accounts. Das ist heftig. Und ich denke mal... Und der heißt direkt WTF-Base. Oh mein Gott, Licht, gell? Ja. Ohne Spaß. Farm ist einfach geil. Ich, erster Klick, 600k-Loot-Gegner. Was? Nein! Halt's Maul, Junge. Erster Klick, 600k-Loot-Gegner. No way. Alter, Troll-Account, den spiel ich, ich glaube, den spiele ich jetzt nur noch, Alter. Kack mal auf Town Hall 11, braucht eh keiner. Ja, im Endeffekt, bei mir ist es doch auch so. Mir persönlich macht es im Moment extrem Spaß, auf dem Rados 10-Account zu spielen, weil der Loot auf Rados 10 einfach extrem ist. Und ich sag mal so, es macht wirklich nur Spaß zu spielen, wenn man wirklich guten Loot hat. Das klingt jetzt vielleicht komisch, aber wenn man keine Pokale pusht, kann man sonst einfach nichts machen. Ja. Das heißt, das ist schon ganz nice, dass er auf Rados 10 jetzt... Alter, ich hab mit Schiefen bekommen. Alter. Alter, ey, jetzt müsste er doch langsam mal voll sein. Ich nehm die ganze Zeit an. Am besten so, vielleicht so ganz neue mit Level 3 oder so, die vielleicht noch nicht annehmen. Ja, genau. Weil die sind dann wirklich komplett neu. Hier, der geht zum Beispiel Level 22, der macht es schon ein bisschen länger. Genau, den hab ich jetzt auch gerade gehabt, genau. Oh, ich hab ihn angenommen, easy. Ah, das ist hier schon... Just Clash ist zu gut. Ja, der ist zu gut. Sorry, ich mach den voll verzockt. Der ist auch zu gut. Der ist definitiv zu gut. Du machst King, ich mach EJ2. Der ist zu schwach. Zu schwach? Okay. Ja, ja, im Endeffekt, der hat noch immer Rados irgendwas, also... Guzi, ey, einer heißt Guzi, der muss ja... Ja, Guzi läuft bei ihm, Alter, ja. Der Clan, der Clan füllt sich, der Clan füllt sich. Wenn ich mir mal generell meinen Account anschaue, gell, verbessere ein Goldlager auf Level 10 des Achievement hab ich. Und dann hab ich aber nicht mal... Hier, Stiele, eine Million Gold hab ich nicht. Wow. Easy. So, und warte mal, behaltet mir mal vielleicht grad einen Platz frei. Leute, ich komm jetzt mal ganz schnell mit dem WTF-Account des Monats online. Wenn ich ihn noch in Google Plus hab, das weiß ich nicht. Das wär mega Premium. Ich hab nämlich einen Rados 10-Account. Ja, ja, ich weiß. Der extrem heftig ist. Mal schauen. Stimmt, auch für die Truppen hast du da... Hattest du da Truppen geupgradet? Ich glaub, ich hab da Level 7 Ballons. Ja, das ist natürlich mega geil für den Clan. Das muss ich nur finden, aber ich glaub, ich hab ihn nicht drin, nein. Schade. Schade. Schade, das wär natürlich nice gewesen. Ja gut, ich denk mal... Oder? Es besteht ne Chance. Doch, er ist da. Er ist da. Sehr geil. Er ist da. Leute, möchtest du das Dorf von Häuptling Lichtle Troll 2 mit dem Rados auf Level 10 laden? Ja, sehr gerne. Den haben noch nicht viele gesehen. Den hab ich, glaub ich, einmal bis jetzt in einem Stream gezeigt. Und das ist wirklich so der komplex krasse Account. Ich hab plus 3 Pokale gemacht. What the fuck? Hä? Okay. Ja, läuft bei dir, Junge. Seht euch. Ich hab 39 Gold. Ich hab 39 Gold. Läuft bei mir. Komm. Mit dem muss ich auf jeden Fall... Oh, einer hier richtig geil mit... Oh, sehr geil. Ah, das ist aber auch schade. Das ist auch schade. Ich bin grad noch in unserem extrem alten Clan, Moritz. Mit 185 Tagen ist die letzte Nachricht. Echt? Dann vor 248 Tagen. Oh Gott, dieser Account ist so what the fuck. Mobile Fanboy. Gucken wir mal. Nee, der ist definitiv zu gut. Nee, nee, nee. Ach du Scheiße, wie oft ich angegriffen werde. Das ist krass. So, ich würd sagen, wir sind voll. Ey, Guzua? Ja, wir sind voll. Bei dem Account bin ich komplett offline, seit Monaten, vor 4 Minuten, vor 35 Minuten, vor einer Stunde. Ja, siehst du? Ja, klar. Vor einer Stunde. Ja, weil es kein Schild gibt. Vor einer Stunde. Vor einer Stunde. Ey, besuch mal ganz kurz. Vor zwei Stunden. Es ist krass. Äh, Jonathan, besuch mal ganz kurz, bei dem im Chat, da ist doch noch dieser OPL-DiSeax. Ich muss jetzt erstmal in den Clan reinkommen. Ja, ey, warte kurz, warte kurz, bevor du aus dem Clan rausgehst. Ach, stimmt. Guck mal kurz in den Chat und besuch mal kurz diesen OPL-DiSeax. Das ist ja auch noch ein Troll-Account. Das ist auch dein Troll-Account. Ich möchte ihn einfach nochmal sehen. Ich mach mal nebenbei nochmal einen Angriff. Das hier Erinnerung geht. Nein, Moritz, wir machen das so. Den hab ich nicht mehr. Du kommst jetzt mit irgendeinem anderen Account in diesen Clan rein, damit der erhalten bleibt. Der Clan meinst du? Ja. Okay, warte. Aber bitte sag mein Android-Dies geladen. Boah, wie er übelst die, äh, deine, äh, na, die roten Zahlen für die ganzen Sachen, die du kaufen kannst und sowas, weißt du, Lichle? Das sind 264, das ist richtig krass. Und nein, Leute, das ist nicht der Troll-Account, den ich auf YouTube zeige, das ist ein extra Troll-Account, ihr seht schon, Lichle-Troll 2, der ist schon ein bisschen älter. Und vor allem dieser Clan, Bellum Ignis, das war nur geplant von uns, der ist nie entstanden. Ja, der ist nie auf YouTube erschienen, das ist krass. Den hatten wir geplant irgendwie. Und was soll das überhaupt heißen? Oh, ich hab 360 Gold. Das ist, das ist Latein und heißt, glaub ich, der Krieg des Feuers oder so. Ja, ja. Sowas irgendwie. Oder warst ihr da gerade irgendwie in einer anderen Sphäre? Ja, der Junge, der haben wir so zwei Jahre gebraucht, um dir uns den Namen auszudenken. Okay, Moritz, kommst du jetzt mit irgendeinem Account in den Clan rein? Ich komm einfach mit meinem Main-Account kurz, oder? Ja, dann geh ich mit meinem ganz Alten rein später. Hier, Krieg des Feuers heißt das Ganze. Ja. Okay. Krieg des Feuers, tritt den ultimativen Füßen bei. Da waren wir noch nicht. Das ist unser alter Humor, das ist krass. Das ist unser alter, Hashtag alter Humor. Also, jetzt gucken wir mal. Oh, ich, Loot-mäßig ist hier jetzt mit dem Account gerade nicht so viel los. Ach du Scheiße, Moritz, ich hab vor 62 Tagen und 23 Stunden, hab ich eine Anfrage gestellt. Läuft, kannst du mir mal schnell den Hashtag geben? Warte mal. Moritz, wir können einen Bug machen. Was? Wir können einen Bug machen. Ich hab eine Clan-Bug auf Level 3, wo noch keine Zauber reinpassen. Nachdem ich die Anfrage, bevor du im Update gestellt hast, kannst du mir einen Zauber in die Clan-Bug spenden, ohne dass ich das schon kann. Lol. Das ist der extrem Ultimative-Crazy-Bug. Ja, schnell, gib mir den kleinen Hashtag. Nein, das machen wir in einer Aufnahme. In einer Aufnahme, okay. Das machen wir nicht. Ich nehme auf. Das machen wir nicht. Ja, das ist heftig. Aber jetzt kommt's. Jetzt nur mal so. Als ich jetzt letzte Woche gestreamt habe, hab ich auch ein übelst... Also, ich hab wieder einen Queen-Walk rausgezaubert. Und die Queen ist zuvor down gegangen. Und ich hab's dann noch mit meinen restlichen Truppen aber wirklich sowas von mega knapp geschafft, wo ich auch dachte, Alter, das wäre eine Aufnahme wert gewesen. Das ist richtig heftig. Leute, nochmal ganz kurz zur Erklärung, weil ihr gerade im Chat fragt. Die Clan-Bug ist auf Level 3. Das heißt, es passt noch kein Zauber rein. Ihr seht schon, Truppenkapazität, Trefferpunkte, kein Zauber. Jedoch hab ich vor 62 Tagen angefragt. Ihr seht schon. Und das Ganze war vor dem Update mit den Zauberspenden. Das heißt, ihr seht schon, 0 von 1 Zauber. Mir kann jemand einen Zauber spenden. Und das ist eben so ein kleiner Bug, der entstanden ist während dem Update. Wo ich aber jetzt gespannt drauf bin, ne? Ja. Was mit dem Zauber da drin passiert? Du hast ihn in der Clan-Bug und kannst ihn einmalig setzen und dann ist er für immer weg. Und du lässt ihn aber, weil du die Clan-Bug nicht aufbaust. Ich würde ihn einfach lassen und die Clan-Bug nie upgraden. Ganz genau, ja. Dann hast du einen Instant Glitch und in 10 Jahren machen irgendwelche Chinesen über dich Videos und sagen, boah, krass, der hat die Clan-Bug nie verwendet. Ja, gut, dann mach ich das aber so. Ich geh ganz einfach wieder auf meinen anderen Account zurück. Ihr seht ganz kurz ein schwarzes Bild. Sorry, dafür, ich muss nur schnell hier in den Einstellungen in meinen Account wechseln, damit ihr meine bösen E-Mails nicht seht. Oh, oh. Ah, da, 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 da. Hier wollte ich hin. Zack. Alter, ich hab auch schon all meine Kasernen auf Level 8. What the fuck, Alter. Ich denke mal, das Video gibt es dann in den nächsten Tagen auf YouTube. Also, wahrscheinlich übermorgen oder so. Das können wir vielleicht heute sogar noch aufnehmen. Das wäre ganz cool. Das wäre ganz cool. Leute, wir sind jetzt bei 150.000 Likes. Vielleicht schaffen wir heute wieder die 1.000.000. Ich lese mal ganz kurz die Top-Liker vor für heute. Und zwar ist das erstens Sami 2.2 mit 5.000 Herzen. Danach kommen Glückspilz mit ebenfalls 5.000 Herzen. Michael Jackson ebenfalls 5.000. Ja, Michael Jackson wieder. Florian Herzig ebenfalls 5.000. Und dann kommt Nino Riederer mit 4.000. Wenn ihr vielleicht euch alle anstrengt und extrem in den Tasten haut auf das Herz, schaffen wir vielleicht irgendwie heute die 1.000.000. Mal schauen. Mal schauen. Ja, doch. Komm, 1.000.000. Easy, easy. Okay, wie geht's dem Clan? Also, ich mach gerade einen Angriff, deswegen kann ich da gerade nicht drauf schauen. Ja, Mama schreibt Troll vs. Troll. Mal schauen. Oh Gott, krass. Wir sind voll. Der Troll-Account hat einen Troll-Account gefunden. Achso, okay. Sehr geil. Das ist natürlich sehr geil. Und vor allem der Troll-Account, den er gefunden hat, ist extrem heftig. Er hat 400.000 Ressourcen und das mit Level-2-Truppen. Das ist schon ein... Bitte. Das ist nice. Das ist ziemlich nice. CW. Alle schreiben CW. Sollen wir endlich einen Clan-Krieg starten? Ja, läuft. Also im Endeffekt, ganz ehrlich, ich hab das Gefühl, dass wir einfach tagelang keinen Gegner finden werden. Schauen wir. Das glaub ich nicht. Soll ich einfach einen starten mit allen drin? Ich würd auch sagen, alle rein, weil wir haben ja nichts zu verlieren. Es ist ja jetzt nicht so... Alter, das waren gerade 550 K. Wir müssen ein, zwei Leute rein, raustun. Warum? Weil wir 38 sind. Wir bräuchten 35. Wir müssten drei Leute raustun. Ja, okay, das ist ja nicht schlimm. Dann mach einfach. Okay, pass auf, Moritz. Moritz, ich mach das im Stream. Pass auf. Guse, weil du bist nicht dabei, weil du im anderen Clan eigentlich bist. Nein, nein, nein. Stopp, stopp, stopp. Nein, 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 stopp, stopp. Mit dem Account war ich schon ewig nicht in Keep Calm drin. Das zählt nicht. Aber dann kriegen wir so OP-Gegner, oder? Ja, okay, das stimmt auch. Nee, war nicht. Das Ding ist, im Endeffekt kannst du uns dann relativ gute Truppen spenden. Ja, ist so, ja. Also ich könnte jedem, ich könnte jedem immerhin die Dreierdrachen machen. Das ist gut, ja. Ja, tut gut. Naja, keiner in den Clanburg würde Dreierdrachen reinpassen, aber theoretisch ist es eine ganz gute Idee. Warte doch, bei mir passen Dreierdrachen rein. Okay, schauen wir. So. Doch, doch, doch. Ich kann... Aber warte, meine, meine anderen Truppen sind auch gemaxed so weit. Also zum Beispiel Fünfer Loons kann ich bauen. Das ist perfekt. Fünfer Magier. Das ist alles schon ziemlich nice. Das heißt, Moritz kommt rein und ich denke mal, ich mache einfach, ich mache alle rein, die irgendwie möglich sind. Zack. Das heißt, ich muss wirklich ein paar rausmachen. Und jetzt, jetzt gucken wir mal wirklich, wie lang wirklich die, äh, die Anfrage dauert. Das wäre natürlich ziemlich geil. So, perfekt. Ja, 35 gegen 35. Mal sehen, was das Ganze bringt. Zack. Äh, beginnen wir an den Krieg. Genau, die Clan-Kriegssuche ist gestartet, ganz genau. Und ich denke mal, das dauert jetzt einfach mal ewig. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es da irgendwas findet. Übrigens, ähm... Ey, die sind alle so harte. Äh, gut, aber vielleicht an dich. Könnte ich vielleicht beim nächsten Clan-Krieg richtig mitmachen bei euch im Keep Calm Clan? Dass ich dir vielleicht mal auf YouTube bringe? Wenn's dann mal was wird, wenn der kleine Lichtle dann auch mal angreift. Ja, ich vergesse es immer so bis vor einer halben Stunde davor. Ich, du, die Sache ist die, ich habe dein, deine WhatsApp-Nummer. Ich schreibe dir dann auch immer und dann, äh, ja, kommt nichts. Du hast mir nie geschrieben bei dem Clan-Krieg. Äh, stopp, warte kurz. Doch, das hat er mir sogar geschrieben. Kleinen Moment. Warte, warte. Nicht, dass es heißt hier... Nein, ich habe wirklich nichts bekommen. Also, ich habe es nicht gelesen. Ja, du hast es nicht gelesen. Ganz genau. Ja, sogar ich habe das gelesen. Ja, ja, ja. Okay, pass auf. Wir suchen jetzt einen schönen Gegner hier beim Troll-Account. Und vielleicht finden wir irgendwie einen Clan-Kriegsgegner währenddessen. Mal schauen. Glaube ich eh nicht, aber ja, vielleicht. Glaube ich auch nicht. Ganz ehrlich. Es kann theoretisch sein, Moritz, dass wir extrem niedrige Gegner bekommen. Einfach von so einem Low-Clank. Das wäre einfach so geil. Das wäre so geil. Das wäre richtig cool. Bitte so feiern. Weißt du, wenn da wirklich nur niedrige Spiele drin sind, das wäre extrem gut. Das wäre nice. Dann zerstören wir die einfach so komplett. Ich habe dir das als Sprachnachricht geschrieben. Geschickt. Okay, wann? Ja, mehrfach. Weil du ja bei mehreren nicht online warst. Du hast ja mehrere verkackt. Ja. Kann schon sein. So, OMG, bester Loot, da gucke ich mal kurz rein. Null Prozent. Ja, null Prozent, ja, genau. Wow, tolle Hand. Ja, sehr geil. Ja, okay. Ach so, nee, nee, hier, stopp. Guckt euch mal an. Nur mit Wallbreaker, genau. Wallbreakers. Guckt meine Base. Ja, stimmt. Clan War Joker. Die müsst ihr echt mal anschauen. Die ist echt extrem geil auch. Ja, ich schaue ganz kurz rein. Was meinst du? Clan War Joker. In unserem Clan, wie? Ja, ja, genau. Der hat eine extrem coole Base. Okay, Clan War Joker. Ich gucke auch mal rein. Der hat auch ganz gute Truppen. Der hat auch Level 3 Drachen und sowas. Der hat auch Level 3 Drachen. Der Clan War Joker, mal sehen. Oh, die Base ist echt extrem nice. Und ich kann mir echt vorstellen, ich kann mir echt vorstellen, weil die halt wirklich auch nach den, nach den Pokalen, nicht nach den Pokalen, nach den Mauern gehen, ähm, dass wir halt echt ganz kurios krasse. Nein, 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 nein. Mauern werden im Clan Krieg, bei der Clan Kriegssuche nicht mit einbezogen. Okay. Ey, das ist ein Verkacksscheiß. Dann haben wir verschmuselt, Alter. Das ist nur die Verteidigung. Auch Truppen werden nicht mit einbezogen. Okay. Hä, dann haben wir komplett verkackt. Helgen werden nicht mit einbezogen. Es ist nur die Verteidigung. Und ich glaube nicht, dass wir so einen Gegner finden. Schauen wir mal, schauen wir mal. Dann haben wir ja total verkackt. Also das ist so die Information, die ich habe, dass wirklich nur die Verteidigung damit einbezogen wird. Aber mal schauen. Es gibt ja auch so Rathaus 9,5 und Rathaus 10,5. Das ist dann, wenn du deine Verteidigung auf Rathaus 9 Niveau lässt, aber deine Truppen schon extrem stark hast, und das dann eben 9,5, 10,5 und es funktioniert ja auch. Das heißt, ich glaube schon, dass eben nur die Verteidigung im Klagenkrieg einbezogen wird. So. Das war es erstmal für mein Video. Ich bin erstmal raus. Haut rein.